Der Falsch ist gut. Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihr Leben in einer Atmosphäre ununterbrochener physischer Empfindungen zubringen. Und zwar auf eine so übersteigerte Weise, dass wir bei menschlichen Wesen dafür nur die Bezeichnung Ekstase kennen. Ach, könnten wir das noch einmal hören, Dr. Terrell, wenn Sie so nett wären. Ja, gern, Sir. Fahr, sag's nochmal. Mensch, ich ist gut. Fah, hör zu, es ist ein Hai in diesem Becken. So ein Mistkerl, ich habe ihn doch gesagt. Jake! Ach du Scheiße. Fah, leep, pah. 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 Fah, leep, pah.